Ihre Regierung verpulvert Milliarden in die ganze Welt. Wir haben es gestern gehört, Gelder für Transgender-Elektro-Rikscher-FahrerInnen in Indien oder posttraumatische Belastungssyndrome von Hürden-Nomaden im Tschad. Nein, Herr Habeck, nicht die AfD ist eine Gefahr für Deutschlands Wirtschaft. Sie und ihr Steigbügelhalter Christian Lindner sind es. Wir stehen für Freiheit und Marktwirtschaft und deshalb lehnen wir Ihren Haushalt ab. Hierher werden wir uns nicht nur einen bestimmten Satz, wirst aber auch ein paar Jahre alt. Das ist die AfD.